E-Pusher-Sieg, mein erstes Mensch ist ein E-Pusher-Sieg! Oh, hier unter der Brücke! Ja, Fortnite ist geil! Ey, warum hast du mir das nicht früher erzählt? Warum kommst du mir damit erst jetzt? Ich redige das seit drei Jahren! Oder seit vier? Hey Leute, ich muss euch etwas über mich erzählen. Ich habe noch nie Fortnite gespielt. Wirklich, noch keinmal. Und das, obwohl mein guter Freund Dielandust mich seit Jahren nervt. Erstell dir einen Fortnite-Account, lass uns Fortnite spielen. Und ich immer so, nee, will ich nicht. Heute hat Louis mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ableben konnte. Er hat mir versprochen, dass wenn ich mir einen Fortnite-Account erstelle, er mir den besten Skin in Fortnite schenkt. Und da kann ich nicht Nein sagen. Also habe ich mir Fortnite runtergeladen. Habe mir natürlich einen Creator-Account besorgt. Gib meinen Creator-Account Conny ein, um mich kostenlos zu unterstützen. Und ich würde sagen, los geht's! Louis, ich bin in Fortnite drin. Oh mein Gott, komm schon mal in unsere Lobby rein. Ich bin bereit. Dann, ready, Trio, let's go! Dann los, meine erste Runde Fortnite. Und wo willst du in deiner ersten Runde landen? Na, Tilted. Direkt? Ja, natürlich. Ich bin ein Profi. Digga, ich habe seit 10 Jahren kein Fortnite gespielt. Du hast gar nicht Fortnite gespielt. Ich habe Noob-Luck. Noobs sind immer lucky. Oh mein Gott, ja! Wie mache ich Emotes? Mit B. B gedrückt halten und dann suchst du dir einen Emote aus. Hey, Leute! Wo bist du? Hey, warte, habe ich den auch? Okay, das ist der Battle Bus. Wie danke ich dem Busfahrer? Mit B. Mit B. Okay, und wie springt man raus und wann? Mit Leertaste. Wo willst du überhaupt hin? Tilted. Tilted. Okay. Na dann? Ich habe mich beim Busfahrer jetzt bedankt und du sagst mir, weil ich springen soll. Ja, äh, ungefähr jetzt. Okay. Raus und dann Richtung tiltet. Ab geht's. Okay. Das Video-Kantrum. Ja, du kannst ruhig noch ein bisschen runtergehen. Du kannst ruhig noch ein bisschen runter. Naja, fass mich nicht. Nochmal Leertaste drücken. Ah, kannst du nicht mehr? Okay. Ne, kann ich nicht mehr. Habe ich schon getan. Irgendwie komme ich immer noch nicht. Ich glaube, klar, dass ein Noob... Ich bin oben auf dem Turm. Ich bin nicht oben auf dem Turm. Oh mein Gott. Nein. Ich bin hier. Nein, schieß doch nicht auf mich. Nein. Nein. Oh nein. Warte, wer hebt dich an. Das ist ein Gegner, Nules. Pass auf, rechts hinter dir ist ein Gegner. Daniel. Wo weißt du das? Hä? Auf der Straße. Ich töte ihn. Töte ihn, mein Rächer. Ja, Mann. Du bist der Beste. Warte. Ich muss dich mal kurz wecken. Okay, danke. Bruder, du bist so ein Ehrenmann. Warum bist du eigentlich so eine Hübsche? Ich bin eigentlich gar nicht. Ariana Grande wollte mich das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, umbringen. Oh, ich habe ein Zelt. Ich ruhe mich im Zelt aus. Ihr kümmert euch um den Rest. Ah, ja. Oh, ich habe ihn genockt. Du hast ihn genockt. Ja, Mann. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin Level 2. Zelt abbauen. Ich baue das Zelt jetzt ab. Wie kann ich sprinten? Oh, es gibt Sliden mit Steuerung? Ja, wir nennen das. Aber warum Haus rein? Ja, weil draußen Gegner sind. Das war dein erster Shield-Schrank. Ja, mein erster Shield-Schrank. Ich habe eine Pistole, Louis. Ich habe eine Pistole. Den nicht töten, das ist ein Freundlicher. Ja, Mann. Was fällt dir ein? Du Wicht, du Schuff. Du Kunde. Oh, mein Gott, Anton, komm mal her. Ich habe ein Glühwürmchen-Glas. Was kann ich damit machen? Äh, werfen und dann brennt alles. Ich brauche erst noch Materialien, ja? Hast du eine Waffe? Hast du mit einer Waffe? Ich hatte am Anfang keine. Ich hatte am Anfang eine Pistole, ja? Wo kommen dann die Schritte her? Ich werde auch mal einen Schuss. Hab jemand einen geflogen? Stoppt. Ah, ich habe einen. Hast du ihn auch gefehlt? Finish ihn. Gut, damit er sein Spielspaß verliert. Ja. Da stehen unter Schuss. So hier unter. Wie baut man ja? Deine Daumentaste? Daumentaste, ja. Und dann kann ich das Material ändern? Ach, und bauen einfach linksklick. Und dann drückst du Q wieder, um wieder ins Waffen-Ding zu kommen. Cool. Oh, mein Gott, Fortet ist so geil, ne, Anton? Ja, Fortet ist geil. Ey, warum hast du mir das nicht früher erzählt? Warum hast du mir damit erzählt? Ich redige das seit drei Jahren. Oder seit vier? Seit vier Jahren. Seit vier Jahren, ja, ja. Seit fünf, das Spiel gibt es schon... Okay, vier. Ich habe einen Hut. Okay, du kannst es haben. Ah ja, ich will es haben. Komm her! Ey. Jetzt nehmen sie. Ah, ah, ha, ha, ha! Ja! Ich bin Fortnite! Ja, wir müssen jetzt gehen, weil jetzt die Zone kommt. Oh, die Zone kommt! Oh, oh, wir müssen los. Aber sowas wollen. Was bedeutet, die Zone kommt? Leute? Dass wir jetzt hier runter sliden. Yeah. Ach, du heiliger Bimbam. Und was ist in der Zone, wenn wir da sind? Dann leben wir. Ah. Ah, ist das jetzt leben wir nicht? Ja, wir sind gerade so. Wir sind jetzt in der Unterwelt. Oh, da ist jemand. Wo? Bei mir. Habe ihn einmal? Okay. Was dort? Okay. Nein, was sind diese Geheimagenten, die böse sind? Die sind böse? Ja. Entschuldigen Sie, Sir, sind sie böse? Oh, ne, der ist gut. Schau ich ihn einfach nicht an. Sonst killt er dich direkt. Warum gibt es so... Oh, mein Gott! Rein hier, schnell! Schnell, rein hier! Rein hier, schnell! Du hast mich nicht gewarnt. Da oben ist jemand. Ah, nee, das ist nur in Luft. Du hast mich nicht gewarnt, dass das passieren konnte. Wir leben noch. Ich muss campen. Ah. Also, ich würde nicht so offen hier rumlaufen. Komm, wir verstecken uns so lange. Ich bin versteckt, warte. Ich bin versteckt. Oh, da hinten sind drei Spieler, da hinten. Ich habe einen Hit getroffen. Ich auch? Alles klar. Nein, nein, da sehe ich noch. Ja, haben wir auch. Easy. Dann schnell weg, wir haben echt viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Oh, das könnte Winnow werden, ne? Dein erster Win in Fortnite in deiner ersten Runde. Da hinten ist jemand. Oh, ich bin getroffen! Genau, gerade. Oh, habe ihn abgesehen. Okay, Jungs, was machen wir jetzt? Also, ich habe hier dieses Glühwürmchen-Ding. Nein. Naja, und? Nein, das war's. Du musst es nicht. Ich könnte es ja freilassen. Hier können wir warten. Ich schnack den Zelt auf. Da, da, da ist er noch. Hey, ich sehe das. Da ist noch nichts. Da sind die Busch ist verschwunden. Ich sehe niemanden. Ja, die sind alle in diesen Feldern drin. Die sehen wir nicht. Wir müssen da erst rauskommen. Da unten schleicht noch jemand lang. Hab ihn einmal geht es? Okay, die sind alle da drin, ne? In der Zone jetzt. Oh, wir haben gewonnen! Mein erstes Match ist ein epischer Sieg. Wir haben es geschafft, Leute. Ein Match, ein Sieg. Nie wieder Fortnite. Perfekte KD. Da war jetzt also nicht so episch der Sieg. Aber das war so ein epischer Sieg. Wir sind beide in der Zone gestorben. Ich weiß auch nicht, wir hatten nur du als Gegner. Das ist genial. Ich dachte, der Fortnite wird nur noch von Pros gespielt. Naja, ich bin ja jetzt ein Fortnite-Veteran. Und ich wurde beschenkt von Boss Obama 187. Oh mein Gott. Es ist der Hinsetzen-Emoji. Oh yeah. Einfordern. So, jetzt habe ich direkt einen coolen Skin, ja? Ich bin kein No-Skin mehr. Oh. Aber Luis, du musst mir immer noch den besten Skin in Fortnite schenken. Das war der Deal. Ja, ich weiß. Gut, dann seid ihr alle episch bereit. Ich bin so episch bereit. Okay, wo landen wir? Diesmal nicht. Sollen wir nicht zu Daily Bugle gehen? Daily Bugle. Drei, zwei, eins. Ja, noch nicht, noch nicht. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Ich habe keine Ahnung, wie man looted. Ich hau einfach Sachen kaputt. Ja. Genau so looted. Anton, hier, hinter dir. Achso. Dann machst du das auf. Und jetzt nimmst du das. Ich hab's fast, ich hab's fast. Ich hab's fast. Ich hab's geschafft. Und dann kannst du damit sliden. Woooo. Woooo. Ich kann das nicht. Dann bin ich hochgeflogen. Ich bin Spider-Man. Und erst für mich. Ich glaube, wir müssen zur Zone, oder? Ja. Wir haben genug Zeit. Ich bin tot. Ich hole dich, Anton. Ich muss erst mal gucken, wo wir hin müssen. Einfach nach vorne. Ja, da ist ein Gegner. Irgendwo bei Anton ist gerade irgendwas kaputt gegangen. Oh mein Gott, ich werde angeschossen. Wo? Warum ist da ein Riesentwizierer-Trobs? Habe einen. Ich komme. Ich komme. Ich brauche jetzt Mundi für meine Sniper. So. Und da bin ich schon wieder zu spät gekommen. Auf wen schießt du, Daniel? Auf die Menschen da hinten. Einfach drauf springen und hops nehmen. Drauf springen und hops nehmen? Genauso wie Daniel. Genauso wie Daniel. Ich bin zwei Male. Da ist direkt einer. Okay. Drauf springen und hops nehmen. Drauf springen und hops nehmen? Wir können einfach nichts machen. Aber da hinten ist jemand. Ich habe ihn. Doch, ich weiß aber nicht, wann wo. Ah, da. Ich habe ihn einmal gehitet. Ich habe ihn. Ein One-Hit. Ich habe die ganze Zeit auf dein Symbol da hinten geguckt. Ich habe in der Runde noch nicht einen Gegner angeschossen. Wie viele Kills habt ihr alle? Zwei. Mein Schiss ging schon wieder daneben. Ich glaube, ich habe dir gerade noch irgendwie den Kill geklaut. Nee, ich habe daneben geschossen deswegen. Moment, wer ist der denn? Wo kommt der denn hier? Das ist ein NPC-Ding. Jetzt habe ich den bei den Kill geklaut, Anton. Hey Leute, ich bin's wieder. Euer Conny. Ich bin's auch, euer Conny. Yeah. Und hier so. Was ist denn der letzte Gegner? Also der Team wollte auch gerade irgendwie das Eierflattern seines Lebens haben. Und wir denken uns so, YOLO. Wir sind auch so OP mit diesen Dingern, ne? Wer hat gerade den Riss genommen? Wer hat gerade den Riss genommen? Ich. Oh, okay. Oh, hier unter der Brücke. Oh, gib ihm den Anton. Lächle den Anton. Lass den Anton. Nein. Oh Mann. Wer hat ihn mir geklaut? Ich habe mich gerade voll episch hingeschwungen. Einfach zwei Matches und das zweite Match auch wieder ein epischer Sieg. Wir sind so gut. Ich glaube, wir sind einfach nur in einer sehr, sehr schlechten Elo. Ja. Und ich glaube, das war's jetzt erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was für ein Noob ich bin und dass ich nur Luck hatte. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao. Ciao.